Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute rede ich mit euch über Multi-Area OSPF und in diesem Zuge schauen wir uns die verschiedenen LSA-Typen an. Das sind die Nachrichten, die Router miteinander austauschen, wenn sie Multi-Area OSPF miteinander sprechen. Viel Spaß! Ja ihr Lieben, heute wollen wir uns über die sogenannten LSA-Typen unterhalten und ich möchte euch etwas zu verschiedenen LSAs erzählen. Unter anderem eben welche Router die Dinger bauen und wie sie dann eben geflutet werden in den verschiedenen Areas. LSAs vom Typ 1. Fangen wir mit denen erstmal an. Ihr seht schon hier unten, hier steht Type 1. Typ 1 LSAs. Das sind solche, die von allen Routern, von wirklich allen Routern in einer Area erstellt werden oder für diese Area, in der sie sich befinden, erstellt werden. Und die also dann in der Area geflutet werden. Das heißt also, dieser Area Border Router wird für die Area hier ein Typ 1 LSA fluten. Und über seine angeschlossenen Links erzählen. Und er wird hier für Area 0 auch für dieses Interface, für das rechte Interface, eine entsprechende Nachricht generieren. Ein Link State Advertisement und es auch in Area 0 fluten. Das gleiche macht Area Border Router 2. Und auch hier diese Internal Area Router, auch die werden, also diese Internal Router, werden also auch ihre Link State Advertisements in dieser Area fluten. Das heißt also, in allen Areas gibt es vom Typ 1 Links State Advertisements, mit denen die Router versuchen, sich den Grafen in dieser Area, also die Informationen für den Grafen für diese Area zu beschaffen, um später darauf dann Shortest Pass First ausführen zu können. Dann gibt es aber nicht nur die vom Typ 1, sondern es gibt eben auch LSAs vom Typ 2. Geht doch mal gut an der blöden Markierung da. Vom Typ 2, die sehen wir hier. Was sind Typ 2 LSAs? Typ 2 LSAs sind solche, die in sogenannten Broadcast oder Non-Broadcast Multi-Axis Networks eingesetzt werden. Das heißt also, ihr seht hier, diese Router sind über eine Ethernet-Schnittstelle miteinander verbunden. Das erkennt man hier in dem Cisco-Curriculum an diesem schwarzen Strich hier. Das heißt also, eigentlich sitzt da wahrscheinlich irgendwo ein Switch dazwischen oder so etwas. Und das gleiche ist hier eben auch der Fall. Wenn das so ist, das habe ich euch schon in meiner Videoreihe zu USPF erzählt, dann wird ja ein sogenannter Designated Router entsprechend gewählt. Und dieser Designated Router ist dann der, zu dem alle anderen eine Nachbarschaftsbeziehung aufbauen und so weiter und so fort. Die Idee war ja, dass da nicht so viele Linkset Advertisements geflutet werden müssen, dass nicht so viele Hello-Pakete existieren und so weiter und so fort. Und Typ 2 LSAs sind also solche, die nur vom Designated Router innerhalb der Area für dieses Non-Broadcast Multi-Axis Network geflutet werden. Das heißt also, auf dieser Strecke und auf dieser Strecke werden diese LSAs an dieser Stelle geflutet. So, LSAs. Manchmal habe ich Wortfindung stören. Okay, etwas spannender oder etwas interessanter jetzt sicherlich Typ 3 LSAs. Das sind also solche, wie hier zu sehen, in denen Area Border Router die Informationen aus anderen Areas in die Areas reintragen. Also ich habe euch ja bereits erzählt, Multi-Area USPF dient ja dem Teil- und Herrscheprinzip. Also man versucht im Grunde genommen, dass hier nur Shortest Pass First für diesen Teil ausgeführt wird. Hier wird Shortest Pass First für diesen Teil ausgeführt. Und hier wird Shortest Pass First für diesen Teil ausgeführt. Das heißt aber auch, wenn das Ganze fertig ist und man die ganzen kleinen Spannbäume gebaut hat oder die ganzen kleinen Grafen gebaut hat und dann letzten Endes die Routing-Tabellen, dann aber wissen die Router hier ja überhaupt nichts darüber, was hier oder hier abgeht und umgekehrt. Das heißt also, die Informationen aus den Areas müssen ja jetzt auch in die anderen Areas kommuniziert werden. Also welche Netze zum Beispiel sind hier in Area 1 erreichbar? Das muss man nach Area 0 kommunizieren und natürlich nach Area 2. Und dafür gibt es eben die Area Border Router, die dann sogenannte Typ 3 LSAs fluten. Das heißt also, dieser Router hier wird alles, was er aus anderen Areas lernt, in diese Area fluten. Und dieser Router hier zum Beispiel wird alles, was er aus diesen Areas lernt, in diese Area fluten. Beziehungsweise werden die Area Border Router beide ihre Informationen in Area 0 fluten. Ja, ganz wichtig, damit dann letzten Endes später das Routing funktionieren kann. Also hier bei Typ 3 LSAs geht es darum, die Informationen aus anderen Areas über die Area Border Router in die entsprechenden Areas zu transportieren. Ja, ich habe es jetzt ja gerade mehr oder weniger schon verraten. Es gibt noch ein LSA, das ist das vom Typ 5 und damit wird also diese Autonomous System Border Router nach Außenroute, wird also damit im Grunde genommen in Netzwerk erzählt. Das heißt also, dieser Router hier generiert das LSA Typ 5, weil er eben den Weg nach draußen kennt. Und die Area Border Router leiten diese Informationen dann weiter, sodass auch ein Router, der irgendwo ganz weit in der anderen Area sitzt, eben weiß, ah, okay, da drüben irgendwo gibt es eine Route nach draußen, dafür muss ich eben meine Pakete in Richtung Area 0 schicken. Ja, das sind die meiner Meinung nach erstmal wichtigsten LSA Typen, um grundsätzlich zu verstehen, wie Multi-Area OSPF eigentlich funktioniert. Also ihr seht schon, das Ganze wird ein bisschen komplizierter. Also bei Single-Area haben wir eben eigentlich nur Typ 1 LSAs und vielleicht noch Typ 2 wegen diesen Broadcast, also Non-Broadcast Multi-Axis-Netzwerken. Und wenn ich Multi-Area OSPF habe, da habe ich auch immer ganz viele verschiedene andere LSA Typen, die ich eben auch noch betrachten muss und die ich vielleicht auch, wenn ich zum Beispiel mit Wireshub oder so mein Netz analysiere, die ich dann vielleicht auf einmal finde. Ich will euch noch ein bisschen was zu erzählen zu den Routenarten. Das habe ich jetzt hier auf dem Cisco Router gemacht, auch noch im Packet Tracer, wie man vielleicht sehen kann. Also ein kleines Beispiel einfach nur. Aber welche Routenarten kann ich denn jetzt bei OSPF eigentlich in der Routing-Tabelle sehen? Und ich versuche euch das hier mal so ein bisschen zu zeigen. Also generell seht ihr, hier gibt es erstmal Routen mit einem O vorne dran. Das sind also solche, die per OSPF von einem Router in der gleichen Area irgendwann mal gelernt wurden. Das heißt also, das ist eine Route in der gleichen Area. Dann habe ich so eine noch hier und hier. Also Route zu entferntem Netz in der eigenen Area. Als weiteres sieht man, dass dieses O aber auch durchaus mit einem IA gekennzeichnet und erweitert werden kann. Das bedeutet also, dass diese Route eine sogenannte Inter-Area-Route ist. Das heißt also, es ist eine Route zu einem entfernten Netz in einer anderen Area. Route zu entferntem Netz in, ich sage jetzt mal, fremder, in Anführungsstrichen, Area. Also nicht in der eigenen, sondern in irgendeiner anderen Area gibt es also ein Netz 10.10.0.0, vielleicht 18 jetzt in dem Fall. Das ist also eine sogenannte Inter-Area-Route, genauso die zwei hier unten. Das sind also Netze, die in anderen Areas in diesem OSPF-Netz vorhanden sind oder existieren. Und zum Schluss, das habt ihr euch wirklich schon gedacht, hier unten ist eine Route, da steht auch ein O vorne. Das heißt, sie ist von OSPF gelernt, aber dann steht da ein Sternchen. Sternchen, das wissen wir vielleicht noch von den statischen Routen. Moment mal, von meinem Video dazu. Sternchen bedeutet irgendwie Default-Route. Seht ihr auch hier schon, 4 mal die 0, das ist also eine Default-Route. Und hier steht jetzt also E2. Das ist also eine External-Route vom Typ 2, so wird das auf Cisco-Routern dargestellt. Was eine External-Route vom Typ 1 ist, habe ich nie so richtig rausgefunden. Aber das hier bedeutet also, das ist eine Route aus dem autonomen System nach draußen, also aus dem OSPF-Netz heraus. Also das ist eine Route aus dem OSPF-Netz heraus. Also nichts andere Area oder sonst irgendwas, sondern einfach ganz raus aus meinem OSPF-Netz geht es mit dieser O-Stern-E2-Route. Der Sternchen, wie gesagt, bedeutet also, dass es eine Default-Route ist. Es könnte natürlich auch eine statische Route sein, die in das externe Netz führt. Jetzt nur in ein anderes Netz könnte ich eine statische Route im Grunde genommen konfigurieren. Und dann hätte die kein Sternchen, wäre aber sicherlich trotzdem eine in irgendeiner Form als external definierte Route. Ja. Okay. Ich hoffe, euch mit diesem Video so ein bisschen einen Einblick in diese LSAs und die Art und Weise, wie Multi-Area OSPF funktioniert, gegeben zu haben. Das heißt also, was solltet ihr mitgenommen haben? Es gibt verschiedene LSA-Typen. Ihr müsst euch ja gar nicht merken, welcher LSA-Typ genau was ist. Aber es gibt verschiedene LSA-Typen, mit denen dann zum Beispiel diese Area-Border-Router, also Informationen aus einer Area in die andere übertragen, mit denen man innerhalb von so einem Non-Broadcast-Multi-Area-Netzwerk vielleicht irgendwie Informationen austauscht und so weiter und so fort. Und es gibt eben auch LSAs, um zum Beispiel externe Routen dann im OSPF-Netz bekannt zu machen. Und auf diese Art und Weise, jetzt habt ihr hoffentlich schon ganz viel darüber verstanden, wie OSPF eigentlich arbeitet. Ja, in kommenden Videos werden wir uns dann noch so ein bisschen mit dem, wie mache ich jetzt diese OSPF-Geschichte, wie richte ich da so einen Area-Border-Router ein und so, werden wir uns noch mit beschäftigen. Ansonsten habe ich dann noch vor, mit euch so ein kleines Video zum Thema OSPF-Troubleshooting mal zu machen. Also was ist, wenn ich eine OSPF-Implementierung habe und da funktioniert irgendwas nicht, wie komme ich jetzt hier vielleicht den Fehlern ein Stück weit auf die Schliche. Ja, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und drückt doch auf den Abonnieren-Knopf, vielleicht auch um euch meine anderen Videos, die ich in Zukunft hochladen werde, anzusehen. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und einschaltet und wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin, ihr Lieben, macht's gut, ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017